Moin Moin Leute und ein ganz ganz liebes herzlich Willkommen zurück zu unserem kleinen Projekt Let's Play Albion. Unsere Helden sind schon tief vorgedrungen in die Gewölbe unter Ariano, der ehrwürdigen Schule der Droiden in das verbotene Gebiet Drinno, auf der Suche nach dem Atio von Meltas, dem weisen alten Droiden Bero. Und hier waren wir stehen geblieben und wir laufen jetzt weiter. Sieh an, blaue Bodenplatten. Dass man die roten mit Gefahr verbinden kann und die grünen eher positive Effekte haben, sollte mittlerweile klar sein. Was mag aber die Farbe blau zu bedeuten haben? Lasst es uns ausprobieren. Ich weiß nicht recht. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Wer weiß, was wir damit wieder auslösen. Nun interessant wäre es ja schon zu wissen, was passieren würde. Aber wir, sehr richtig, haltet euch fest, gleich bricht das ganze Gebäude über unseren Köpfen zusammen. Mit dieser Bemerkung setzt Drinno einen Fuß auf eine der blauen Platten. Oh je. Mit einem Krachen verschwindet der Boden in einem großen Teil des Raumes. Die Decke hat sich bereits wieder geschlossen, als alle krachend auf dem Boden des darunterliegenden Stockwerks landen. Drr, du wirst uns noch alle umbringen. Verdammt, lass deine voreiligen Finger weg von irgendwelchen Schaltern, bevor wir alle einverstanden sind. Au, verflucht, das hat wehgetan. Ja, ihr mögt ja recht haben. Ich werde versuchen, mich zusammenzureißen. Bevor ihr mich auffresst, lasst uns herausfinden, wo wir hier gelandet sind. Alles klar. Tja, die Decke hat sich einfach wieder über uns geschlossen. Das muss eine ausgeklügelte Mechanik sein. Und hier haben wir, hier haben wir ein Irgendwas, hier haben wir, was haben wir hier? Hier haben wir einen Furchtdämon. Sitzt der da noch mal hinter einem anderen Glas, kann das sein? Ja, ne? Ah, ja, 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 ja. Vaniacs, Vaniacs, Furchtdämon. Und wo führt das hin? Irgendwohin führt das schon. Spezial. Das sind ja hier manchmal Schalter. Wir merken uns, dass die da existieren. Wir merken uns das einfach. Und jetzt schauen wir mal, hier gab es doch noch eine Flamme. Haben wir Tom vielleicht noch einen Eimer mit Wasser dabei? Nee, wir haben nur einen Eimer ohne Wasser. Das bringt ja nichts. So, Drill, da musst du jetzt ganz, ganz tüchtig die Zähne zusammenbeißen. Aua! Drill tritt in die Flamme und verbrennt sich. Ja, das sieht schon aus. vertrauenserweckender aus. Und Sira kann hier mal ihr Samenkorn nehmen und die Brandverletzungen kurieren. So. Ui, 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 ui. Was haben wir hier? Das Tor geht ganz gut auf. Drill muss, glaube ich, nochmal. Was ist das? Ich weiß nicht. So wahnsinnig freundlich sieht es nicht aus. Dies scheint eine Art Kraftfeld zu sein. Es gibt einen Summen an der Hörgrenze ab. Die Haare sträuben sich in seiner Nähe und ein schmerzhaftes Ziehen in den Zahnwurzeln macht sich bemerkbar. Ich beginne an meinem Verstand zu zweifeln. Dieses Feld scheint nicht elektrischen Ursprungs zu sein. Und es ist auch keine Energiequelle zu erkennen. Was um alles in der Welt erhält es aufrecht? Dieser Planet scheint erschaffen worden zu sein, um das Weltbild von Naturwissenschaftlern ins Wanken zu bringen. Das muss hart sein für Rainer. Ich mein, wie alt ist der Knabe? 45? Ist vielleicht Doktor der, was weiß ich, Astrophysik oder so? Und plötzlich funktioniert die Welt überhaupt nicht mehr so, wie er gelernt hat, dass die Welt funktioniert. Wir müssen ein bisschen Verständnis auch für ihn haben, Mann. So, wir nehmen den Schalter, auch wenn wir noch gar nicht wissen, was der bewirkt. Ah, Madre, das war nun wirklich meine Schuld. Ah, wir sind wieder hier in dem Raum. Schaut mal, mit der blauen Platte. Also das Ganze war eigentlich nichts als eine kleine, eine kleine Schleife, die wir da gelaufen sind. Dann gehen wir hier mal runter und gucken, was uns erwartet. Oh nein. Oh, Leute. Das ist nichts, was euer Ping gut kann. Na gut. Ich nehme allen Mut zusammen. Wir warten den Feuerball ab. Wir gehen hier lang. Wir warten den Feuerball ab. Wir gehen hier lang. Ja, natürlich kommen die da raus. Ist ja klar. Wir warten den Feuerball ab und gehen hier lang. So. Und so. Ha, 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 ha. Den Feuerball ein Schnippchen geschlagen, hm? Hier ist ein Gang. Dahinter scheinen sich Gegner zu befinden. Wenn das Monster auch gerecht hat. Und das ist ja eigentlich zuverlässig. Hier ist ein Schalter, den können wir erstmal betätigen. Drill bewegt den Schalter und rechts von ihm geht eine Wand in die Höhe. Leider ist es die Wand hinter derjenigen, die hier den Weg versperrt. Ach, schade. Also der Würfel, der hier drauf gestanden hat. Na gut. Müssen wir einen anderen Weg dafür suchen, ne? Denn hier scheint es keinen Knopf zu geben. Das wäre auch unsinnig, dieser deutliche Hinweis, wenn es hier unmittelbar die Lösung gäbe. Hm. Ja. Wie war das? Lass dich seiner Furcht stellen. Angriff. Tü-tü. So. Wir werden die Furcht einfach einfrieren. Hier, guck mal. Ja, ist nichts mehr zu lachen. Furcht-Dämon. Boah, wie fies der ist. Wie viele Finger hat er eigentlich? Das sind doch Finger, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keine Munition für Fernkampfwaffe? Oh. Ältest du Sitz auf den Pfeilen. Das ist gar nicht so gut. Hier, müssen wir mal rein ergeben. Dass der auch daneben schießen kann. Der hat ein rechter drauf. Mhm. So, Basira trifft ja ein bisschen besser mit ihrer Kristallwurf-Axt. Ah, und da hat es sich auch schon erledigt. Sehr gut. So. Was hast du bewacht, Dämon der Furcht? Was hast du bewacht? Nichts. Nichts. Er hat eine Sackgasse bewacht. Ja gut, das heißt, wir müssen eigentlich hier lang. Wir müssen hier die Tür öffnen und mal gucken, was da ist. Wahrscheinlich sind es Vaniacs. Es sind immer Vaniacs. Es ist gar nichts. Es ist ein Raum mit Fässern. Ähm. Ein alter Vorratsraum vielleicht. Oder ein Lagerraum. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Ah, man kann auch noch in die Richtung weiter. Das ist natürlich... Hm. Zwei Türen. Beide verschlossen. Ich höre hier so einen Summen. Hört ihr das auch? Ah, jetzt ist es weg. Ah, da war so ein Summen. Das klang nach Vaniacs. Hm. Mhm. Grümpel. Was für ein Haufen Geröll hier liegt. Sieht ja aus wie ein Steinbruch. Erstmal sieht das hier aus wie ein Brunnenraum. Und das werden wir natürlich nutzen, um uns gegen künftige Brandverletzungen zu wappnen. So. Ah. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Die kann man alle nicht aufnehmen lassen. Das sind alles so... Oh, Leute, schaut mal. Wenn ihr mal die Risse in dieser Wand mit diesen hier vergleicht, dann ist das hier viel poröser. Na, das ist doch cool. Da wittere ich doch. Ja. Ja. Drir führt ein paar kräftige Hiebe gegen die Wand aus. Sie bricht zusammen. Mhm. Ah, hier scheint es gleich weiter zu gehen. Hier auch? Nee, das ist eine normale rissige Wand. Oh. Ah, ein Schwert. Warum nicht? Nehmen wir das Schwert mit. Mal klopfen wir hier nochmal uns durch. Was haben wir hier zum Beispiel? Ähm... Einen Schalter. Ach, Leute, guckt mal, wo wir sind. Kommt uns das bekannt vor hier? Schalter, grüne Wand? Hm? 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 Ja, cool. Haben wir uns, ähm, gleichsam eine Abkürzung geschaffen und müssen hier auch nicht immer an der Feuerballfalle vorbei, wobei ich auch nicht wüsste, wozu wir jetzt hier unbedingt immer langlaufen sollen. Ah, da sind doch, da war der Brunnen. Den müssen wir vielleicht nochmal gelegentlich in Anspruch nehmen. Tom, hier, du bist auch unser Feuerwehrmann. Gib da mal dein Wasser drauf. Und, äh, wir gehen auch gleich zurück und füllen den, ähm, füllen den Eimer nochmal auf. Besser. Einmal zu viel gegangen. Als dreimal zu wenig, oder so. Es wäre auch zu überlegen... Also hier hatte ich ja so Vaniac-Gesummen gehört. Hier hatte ich nichts gehört von rechts. Andererseits bin ich mir gerade auch gar nicht so sicher, ob das Spiel überhaupt schon sowas wie... Was ist denn das Dolby hat, oder so? So, Stereo-Sound. Hm. Also, irgendwo sind hier Gegner. Wir probieren's erstmal mit dieser Tür. Das Schlimme sind ja nicht mal diese Gegner, also, äh, so, von ihrem Schadens-Output her und so. Sondern das Schlimme ist, dass die mich immer so erschrecken müssen. Ach, Furcht. Hier, machst deinem Namen auch alle Ehre. Darauf ein Schlückchen Tee. Ach. Denn was würde uns nicht alles fehlen, wenn wir hier keinen Tee hätten. Oh, Sira hat Stufe 13 erreicht. Schön. Aber Drill hat auch ganz schön auf die 12 bekommen. Vielleicht nehmen wir da einen von diesen Heiltränken hier, die Rainer noch dabei hatte. Die haben wir ja extra gekauft bei Vignion. Bei Vignion, glaube ich, ne? Oh. Oh. Oho. Das sind doch Magietränke. Ja, die nehmen wir gerne an uns. Mhm. Hm. Na klar. Wir mussten zwar einen kleinen Kampf bestreiten, aber wir haben dafür auch was bekommen. Nur, wenn da die Varniax nicht waren und ich die hier schon wieder höre, dann sind die ja hier. Und wenn ich das jetzt aufmache, dann greifen wir... Aha, klar. Na gut, alles Erfahrungspunkte, Leute. Das ist alles Kampferfahrung. Wertvoll. Äh. Jenseits unserer Vorstellungskraft, was unsere Leute hier sammeln. Wenn's da nur keine Varniax wären. Äh. Der wird eingefroren. Der hier kriegt einen Feuerball von. Der hat's geknallt. Den müssen wir ja auch mal ein bisschen trainieren. Den Feuerball von Meltos, den kleinen. Und Drill ist... Was ist Drill? Drill ist irgendwas. Verrückt. Ähm. Ähm. Ja, da wird das Gift neutralisiert, aber das war ja gar kein Gift. Oh, ne Backe. Hoffentlich macht Drill nicht irgendwelche komischen Sachen jetzt. Oh, unser bester Nahkämpfer. Ich weiß gar nicht, ob man im Spiel noch einen besseren bekommen kann. Aber Drill ist auf jeden Fall Gold wert. Mehr als Gold wertig. Kann man gar nicht aufwiegen. Gut, er bewegt sich sinnlos zurück. Das ist erstmal nicht ganz so schlimm. Oh, oh. Ähm. Ne, Drill, das ist gar nicht mal so eine gute Idee. Wie schnell bist du denn? Du hast 56 und Tom hat keine Chance, Drill zu entkommen. Ja, kommt Leute. Dann müssen wir jetzt hier einfach draufholzen. Hoffen, dass Toms Rüstung das schwere Iskai-Schwert von Drill ablenkt. Und dann schnell eine Möglichkeit finden, die Verrücktheit zu heilen. Das ist ja furchtbar. Ach, sehr gut. Der Kampf ist schon mal vorbei. So. Ähm. Hier sind Truhe. Das ist doch was für unseren Rainer. Hier. Oh, Heiltränke. Na gut, dann haben wir in dem einen Raum Magietränke bekommen und in diesem Raum Heiltränke. Das ist eigentlich fair. Aber was machen wir mit dem verrückten Drill? Der läuft jetzt hier so durch den... durch den Raum und äh... prabbelt unverständliches Zeug und unsere Leute sind gar nicht dazu in der Lage ihn zu beruhigen. Hm. Ja, das ist ja... Das ist ja nun Mist. Ich glaube nicht, dass Sira einen Heilzauber dafür hat, oder? Heile Rausch, Blindheit... Blindheit ist das nicht. Heile Rausch vielleicht. Nee. Das ist doch Blindheit. Nee. Hm. Na gut, Drill. Es tut mir leid. Aber ich werde dich jetzt schlafen legen müssen. Und... Ach. Bei einem geschickten Zauber schickt Sira Drill schlafen. Ähm... Ja gut, Leute. Ähm... Ich schätze... Den schlafenden Drill, den werden wir jetzt mal hochbringen müssen. Und dem alten Druiden-Heiler zeigen. Ich mach das jetzt Offscreen. Ähm... Und bin gleich wieder hier in der Nähe für euch da. Und dann hoffen wir mal, dass wir Drill das Geisteszustand wieder in den Griff kriegen. Also, bis gleich, Leute. Alles klar, Leute. Da sind wir zurück. Wir sind jetzt hier an dieser Schalterstelle. Der alte Makayo hat uns, äh... Mit der mächtigen Magie der Druiden sehr, sehr gut helfen können. Drill hat wieder den Verstand gefunden. Wir haben uns ein bisschen auskuriert, ein bisschen hingelegt. Da ist auch die magische Kraft wieder zurückgekommen. Und wir haben noch einen kurzen Abstecher nach Avalon gemacht. Und uns neu verproviantiert. Denn Meltas aufmerksamen Blick war nicht entgangen, dass wir schon ziemlich, äh... ziemlich dezimierte Nahrungsvorräte nur noch dabei hatten. Und das ging natürlich nicht. Ja, nun müssen wir mal sehen. Also, hier sind wir wieder. Und hier müssen wir durch. Das ist soweit klar. Und hier gibt's Schalter. Mhm. Und ich schätze, die müssen wir in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Oder etwas... Etwas in der Art. Damit die Tür aufgeht und wenn nicht passieren scheußliche Dinge. Ähm... Fangen wir mal mit der goldenen Mitte an. Ähm... Äh... Seh... Ja... Ähm... Aber das Tor ist nicht aufge... Nee... Ja, das ist ja freundlich. Und jetzt werden wir hier von so'n Tierdämon gejagt. Nee, Leute, das geht so nicht. Da müssen wir mit Funkelchen sagen, Auf in den Kopf! Äh... Drei? Nö, 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 es ist richtig. Es... Äh... Es ist absolut richtig. Das brauchen wir auch. Oh, du lieber Himmel. Wird das überleben werden? Hm. Guckt euch an, was das Vieh für einen Schaden macht. Trotz der tollen Panzerung von Dreyf. Erstmal auf unter die Hälfte der Lebenspunkte runtergeknüppelt. Das ist ja richtig fies. Das ist ja wirklich total übel. Naja, wir können mit Sira... Vielleicht noch so'n Zaubertrank nehmen. Nee, nee, Leute, wir lassen das nicht drauf ankommen. Ähm... Zwar haben wir auch von denen jetzt nicht unendlich viele, aber doch ein paar. So ein paar einstecken. Und, ähm... Sehr gut, dass die wenigstens gegen Frostmagie empfindlich sind. 72... Ja gut, es gibt natürlich 72 Erfahrungspunkte. Und Rainer hat Stufe 13 erreicht, hat... Moment. Wieso begleitet uns Rainer schon seit der Erde und hat jetzt Stufe 13 erreicht und Sira hat... Weil sie offenbar nicht so viele Erfahrungspunkte braucht zum Aufsteigen. Oh... Aber er hat auch nur 39 Lebenspunkte und sie hat 52. Und... Sie kann auch noch zaubern. Und... Ich weiß ja nicht. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ist, dass vielleicht unsere Kampfpositionen doch nicht so günstig sind. Wir versuchen's mal so. Hm... Vielleicht ist das besser. Wir können natürlich auch... Natürlich auch was in dieser Art versuchen. Aber dann sind unsere Fernkämpfer... Dann können wir uns nicht so gut vor die stellen, dass wenigstens ein Angriffsfeld blockiert ist. Zwei in dem Fall. Das machen wir mal so. Und natürlich legt Meltas drin mal die Hände auf. Ja, Leute. Ups. Hier war dieses Tier drin. Und ansonsten ist hier auch gar nichts. Nee. Nee, da ist sonst gar nichts. Dann müssen wir jetzt hoffen, dass das hier der richtige... Der richtige Schalter ist. Ich werde heute Nacht ganz, ganz schlecht träumen. Oh je. Werde ich schlecht träumen. Aber das mit dem Einfrieren, das hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Nur, dass die uns hier Tier 3 schon vorsetzen... Das finde ich echt mega krass. Der ist auch eklig hier mit diesen ganzen Schuppen und so. Bah... Richtig widerliches Biest. Na, die Roten sind nicht so effektiv wie die Violetten, verstehe. Ja. Aber... Drei machen auch schon einen Violetten oder so. Irgendwie so. So. Ja, Leute, kennt ihr das auch? Wenn ihr so ein Spiel intensiv gespielt habt und es ist irgendwie gruselig und dann träumt ihr schlecht davon? Oder vielleicht nicht mal direkt von dem Spiel, sondern nur von etwas, was dem sehr ähnlich ist und was irgendwie damit zu tun zu haben scheint. Ähm... Also da bin ich relativ empfindlich, da docken die Dinge schnell bei mir an. Ich bin ein recht intensiver Träumer. Aber das ist, das ist nicht nur was Schlechtes. Also das baut ja auch Stress ab und Belastung in der Seele und ja, dann ist hier auch noch einer hinter. Ja, du kannst mich jetzt gar nicht mehr imprägnieren. Und insofern ist ja eigentlich Träumen was sehr, sehr Gutes. Alte Kulturen haben vielleicht auch gar nicht immer zu Unrecht in Träumen die Möglichkeit gesehen, die Zukunft zu deuten. Also ich bin mir nicht sicher, ob man tatsächlich in die Zukunft sehen kann. Aber Träume haben so eine gewisse Fähigkeit, so unterbewusste Argumente oder Entscheidungspartikel des eigenen Geistes einem aufzuzeigen. Nur manchmal ist es nicht so leicht, Träume zu deuten oder meistens vielleicht sogar nicht. Boah... Gut, Meldersatz Stufe 10 erreicht, das ist sehr schön. Dann zauber doch nochmal eben. Ja, sehr, sehr gut. Ja, jetzt konnten wir hier durch, ne? Jetzt hat sich das Ding hier auch geöffnet. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt daran lag, dass wir den dritten geöffnet haben oder ob das hier von Anfang an der richtige gewesen wäre. Also bei einem eigenen Playthrough könnt ihr ja mal darauf achten. Also falls ihr das vorhabt. Aber ich würde das echt empfehlen. Ähm, denn erstens werden mir bestimmt Dinge entgehen. Mhm, obwohl natürlich jetzt die Chancen steigen, dass wir noch mehr Kisten knacken. Auch einer wieder ein paar mehr Dietricher an seinem Schlüsselbond hat. Äh, erstens werden mir Dinge entgehen und zweitens... Oh, was ist das denn? Das sind Löcher. Zweitens lohnt sich das Spiel einfach sehr. Ah, sie nochmal alles in Ruhe durchzulesen. So an Lore und die Leute auszufragen. Mhm. Ach, guckt mal. Hier sind nochmal diese Felder. Mhm. Ne, wir können die nicht entladen oder so. Das geht nicht. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein gewesen. Hier vielleicht so miefige Pflanzenschuhe. Ne, auch nicht. Okay. Dann, ich hatte ja gerade schon aus Versehen den richtigen Weg gefunden. Also per Zufall sagt man glaube ich eigentlich. Ah, hier lang, hier lang, hier rum. Hier hin, da, durch und so. Ja. Ihr seht natürlich, dass auch die Löcher, das sind Bitmaps, ne. Die drehen sich immer zu uns hin, sozusagen. Wir sehen die immer aus der gleichen Perspektive. Und auch wenn wir den Blickwinkel verändern, verändern wir nicht unsere Einsicht oder unsere Draufsicht auf die Löcher. Aber das ist schon okay. Das ist absolut vertretbar, finde ich, für ein Spiel aus der Zeit. Ähm, hier kamen wir jedenfalls nicht weiter. Na gut. Es haben uns schon andere Dinge nicht aufhalten können. Warum das also? So, und hier haben... Ich habe ein ungutes Gefühl. Schaut euch die Bieste hinter den Wänden an. Alles hier riecht nach einer Falle. Aber die Schaltplatte dort vorne ist grün. Bisher haben diese Dinge immer positive Effekte gehabt. So, mal kurz orientieren. Also, da sind rote Wände. Aha. Da auch. Oh, Leute, guckt euch das an. Oh, das sind nochmal so Tierdämonen und Vaniacs und Furcht. Und alles, was es geben kann, bisher, ist irgendwie hinter diesen Mauern jetzt. Oh. Das sind richtig, richtig viele. Und da ist eine Truhe. Das ist doch bestimmt so eine Kiste, wo wir jetzt zwar auf die Druckplatte treten können, ohne dass was passiert. Aber dann, wenn wir die Truhe öffnen, dann geht die Welt unter oder so. Na gut, aber wir haben wohl keine andere Möglichkeit. Soweit ich das hier sehe. Ich gucke nochmal ganz sorgfältig auf die Karte ab. Also, natürlich hätten wir hier... Aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das Spiel so gemein ist. Und hier ist auch gar kein Platz. Schaut mal, dass wenn wir hier reingehen und hier ein Gang sein sollte, könnte der hier nicht mehr langführen. Da fehlt eine Reihe von den Bausteinchen, ne? Also, falls die rauskommen, müssen wir ganz schnell verschwinden. Dazu drücke ich Steuerung und gehe einfach rückwärts, drehe mich um und spurte hier lang. So, Leute, das haben wir schon mal geübt. Alles klar. Also, was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Die grüne Wand hebt sich in die Höhe, doch hinten scheint sich auch etwas bewegt zu haben. Also, erstens finde ich es schlimm, dass die da so hinterlauern. Und zweitens finde ich es schlimm, dass hier jetzt eine Reihe roter Platten erschienen ist. Seht ihr das? Oh, ist das gemein. Ist das gemein. Und wir können auch überhaupt nicht ausweichen. Vielleicht verschwinden die ja auch wieder unter irgendeiner Bedingung, aber diese Bedingung kennen wir nicht. Okay, kümmern wir uns erstmal um die Truhe. Die hat blaue Stäbe. Blauer Stab. Die können nicht stacken. Die funkeln so. Die funkeln ein bisschen wie die Energiewende, die wir da gesehen haben. So funkeln die. Was wir versuchen könnten wäre, dass wir hier die Flammen löschen. Ich glaube, wir haben genügend dabei. Und hoffen, dass die, dass die Platten versch- Ja, ne. Das tun die natürlich gar nicht. Okay. Leute, ist euch allen klar. Der hat der Plan klar. Wir müssen das da vorne erreichen, dann nach links. Macht euch warm und los geht's. Puh. 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 Entschuldigt, Leute. Ich hab jetzt gar nicht. Ich hab jetzt gar nicht lesen können, was Rainer da noch für eine geistreiche Bemerkung sicherlich zu machen hatte. Ich hatte einfach meinen, äh, meinen Finger auf der Lauftaste. Und wir haben's geschafft. Oh mein Gott, wir haben's auch geschafft. Nach diesen Anstrengungen müssen unsere Helden erstmal ein bisschen rasten. Ah. Und sich erholen davon. Ja, das ist auch sehr viel besser, wenn wir hier mit Magie weiter durch Drinno laufen. Ähm. Wir probieren das mal. Bei der Berührung mit dem Stab bricht das Kraftfeld in sich zusammen. Der Stab zerfällt dabei zu Staub. Ja, Staub und Staub ist ja auch nur ein Buchstabe. So. Äh, mehr, meine ich. Hm. Flach wird's pegen. Füße hoch. Ja, der kam ein bisschen flach. Das geb ich zu. Da ist dieser Knopf. Den hatte ich eben schon gesehen, als wir hier lang sind. Und da vorne sind noch mehr. Ich hoffe nur, ähm, dass wir genügend Stäbe haben und dass jetzt dieser Knopf nicht völlig nutzlos war, um uns zu trollen. Und dass das Spiel ein bisschen freundlicher ist. Hm? Also, Drinno ist schon echt ne Hausnummer hier. Hier geht's weiter runter. Haben wir auf der Ebene sonst soweit alles? Ja. 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 Natürlich. Da ist Gerümpel und da sind auch offene Kisten gewesen. Vielleicht bietet sich die Gelegenheit später nochmal, wenn wir sehr, sehr viel stärker sind, dahin zurückzukehren. Vielleicht geht das. Hm, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Also, ihr wisst ja inzwischen, ich hab das Spiel schon öfter durchgespielt. Aber ob... Och ja, sicher. Nee, ist total richtig. Pff. Furchtwarniax. Nee, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das hier ist ein Raum. Ähm, aber ich weiß nicht immer, ob man nochmal so weit nach Drinno runterkam. Aber was soll man eigentlich dagegen sprechen, ne? Die Wand sieht anders aus. Kann ich da durch? Nee. Ah, vielleicht ging es da mal weiter. Und dann hat es einen Erdrutsch gegeben und dann sind die... Seitdem ist der Gang verschüttet. Also, vielleicht dürfen wir uns den gar nicht so glatt vorstellen, wie das Spiel aufgrund seiner Engine das hier darstellt, ne? Vielleicht liegt das hier so ein bisschen mit im Raum drin. Da kommen wir jedenfalls nicht weiter. Ja, toll. Dann müssen wir jetzt Richtung Furchtwarniax, ne? Dann... Da kommen wir hier, da wollen wir hin. Pff. Juhu. Eieieieiei... Gut. Es hilft ja nichts. Pingen sei nicht so ängstlich. Wir stellen uns unseren Feinden... Das sind auch mal richtig viele, guckt mal. Ich probiere mal diesen Frostkristall, denn die sind ja immer ein bisschen fixer und können sich auch über mehrere Felder hinweg bewegen. Aber wenn wir hier jetzt einfach den Frostkristall drauf zaubern und die immer vor uns dran sind, dann dürften ja gleich schon mehr in dieser Reihe sein. Das versuchen wir einfach mal. Und du könntest ruhig einen kleinen Feuerball machen. Das schadet nicht. Also wohl jetzt. Außer du triffst ihn. Wenn ich jetzt diesen Melisentee nicht hätte und euch Leute. Ich bin gespannt, ob der Goldene mit in der Reihe ist. Ja, sehr schön. Das ist doch super. So konnten wir jetzt. Nämlich brauchen wir nicht abzuwarten, bis der einmal angegriffen hat, sondern wir haben ihn jetzt schon in die Tiefkühle getan. Das finde ich sehr gut. Kehren die sich gegenseitig um? Feuerball und Frost? Nee, oder? Nee, so herzlos waren die Leute bei Bluebeid nicht. Ich meine, die haben die Siedler gemacht. Und Chewie, Escape from F5. Das ist eigentlich auch ein schönes Spiel. So, für Retro. Mhm. Sehr gut. Ja, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Wirklich. So, was ist denn denn? Und denn? Und so. Und zack. Und bumm. Und peng. Peng und peng. Pock, Pock. Plumps. Schnaddeli bing. Tjuuups. Lustige Geräusche. So. Schnuff, schnuff, die Schnoll. Schnubbel, die Schnoll, schnoll, schnoll. Na, wer kennt's? Ja, aber keine Massenkarambolage deswegen verursachen. Nicht wie in dem Sketch, auf den ich mich gerade bezogen habe. Alles klar, der flieht. Der kann auch mal fliehen. Hier, der kann uns mal, ähm, gern haben. Wobei ich gar nicht weiß, ob Vaniacs zu Gefühlen in der Lage sind. Achso, Insekten sind. Ob die überhaupt die entsprechenden Hormone haben dafür und alles. Macht das doch nicht. Na schön. Die Furcht. Dass die auch die Furcht heißen müssen, ne? Die Furcht. Wir benutzen noch mal. Wir trinken den Trank. Ich glaube, Meltas hat noch welche dabei. Jawohl. Sehr gut. Vielleicht geben wir sie einfach gleich beide. Denn wir benutzen ja ihre Fähigkeiten zur Zeit etwas mehr als die von Meltas. Ah, das kann sich aber später auch noch ändern. So. Wenn wir die beide einfrieren können, dann sind beide eingefroren. Mh. Mh. Wow, was ist das denn? Was, was ist? Wow. Kling. Sehr gut. Der eine ist schon mal besiegt und der andere war tiefgefroren. Wir bewegen Tom mal darüber. Okay, der körperliche Schaden ist wirklich nicht sehr groß, den die auslösen, den die verursachen. Ah. Aber warum? Ja, kommt. Wir, wir setzen jetzt. Ich möchte nicht so gern gambeln. Ich weiß nicht, ob der hier vielleicht durchfliegt. Der wird sicherlich dahin fliegen. Na komm. So. Zaubern wir ein Frostkristall hier drauf. Und versuchen schon mal mit vereinten Kräften hier einen von denen wenigstens Platz zu kriegen. Ja, der ist näher dran, ne? Ich glaube ja, der ist ein bisschen größer. Ach, schade. Also für uns, für ihn natürlich nicht. Ja, müssen wir den jetzt irgendwie... Oder können wir, können wir vielleicht auch den in die Flucht schlagen? Das wäre doch eigentlich gut. Und dann konzentrieren wir uns erstmal hier auf den goldenen. Links. Ah, Syrah könnte auch nochmal. Und zwar hat ein Frostkristall. Einen Lebenspunkt, den können wir vielleicht noch erübrigen, gerade so. Nein, 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 nicht Syrah. Nein. Oh. Du bist ein... Ein... Das sage ich jetzt nicht, was du bist. So was bist du nämlich. Oh. Gut, Rainer reicht Syrah mal gerade ein, zwei Heiltrinker rüber. Na, ich glaube, es müssen schon zwei sein. Ei, 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 ei. Und sie könnte einen Frostsplitter zaubern. Falls das mit dem... Mit dem Prahlen nämlich jetzt nicht geklappt hat. Müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Ja, das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Nein, Syrah nicht. Nein, Syrah. Oh. Dafür wirst du sterben. Ich werde dich... Ich werde dich rösten. Ich werde dich... ...plastinieren. Jawohl. Du widerliches Biest. Syrah. Nee. Mm, 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 mm. Oh, nein. Oh. Wir haben nicht mal... ...nicht mal dieses Insekt... ...gekriegt. Na schön. Rainer, dann flößt mal als Syrah ganz vorsichtig so einen Heiltrank ein... ...haha. Oh. Oh. Oh, was war passiert? Oh. Jetzt geht's mir schon wieder viel besser. Wir können weiter. Ei, 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 ei. Ja, und was war das jetzt hier? Das war einfach ein Raum voller Gegner, oder wie? Ja, ja, und hier geht's auch nicht weiter. Doch, da ist eine Tür. Da ist immerhin ist da eine Tür. Aha, okay. Na, das ist doch in Ordnung. Dann gibt's hier, glaub ich, auch weiter nichts. Müssen wir auch nicht suchen. Es gibt hier auch keine, äh, porösen Wände, oder so. Dann gehen wir einfach durch die Tür. Hm. Oh, nee, nicht durch die noch mehr Vaniacs, aber das Monsterauge ist gerade ruhig. In diesem verwahrlosten Raum hat sich der gesuchte Bero verschanzt. Die Verzweiflung auf seinem Gesicht weicht schlagartig der Freude, als er seine Retter und vor allem Meltas sieht. Meltas, du hast deinen alten, dummen Atio gefunden. Wortlos umarmt Meltas seinen Ziehvater. Dann gehen beide zu den Gefährten. Gestenreich stellt Meltas Bero vor und berichtet mit Siras Hilfe, was er und Sirar füreinander empfinden. Dann macht man sich schnellstens auf den Weg zurück nach oben. Oh, wir müssen gar nicht, oh, Leute, wir mussten gar nicht per Hand zurücklaufen. Oh. Der Rückweg verläuft einigermaßen problemlos. Bero wird mit großem Hallo und einigen geharnischten Sprüchen von den anderen Druiden empfangen. Man trifft sich im Zimmer Nemos, des Oberhauptes der Druiden. Bero, ich denke, ich kann mir eine Zurechtweisung ersparen. Du weißt, was du aufs Spiel gesetzt hast. Es war sicherlich ein Fehler, nach Dreno heranzusteigen. Doch ich bereue lediglich, Meltas und seine Gefährten durch meine Unbesonnenheit in Gefahr gebracht zu haben. Ich möchte allen meinen Rettern nochmals danken. Dem möchte ich mich anschließen. Bero ist zwar oft eine sturköpfige Plage, aber ich bin froh, ihn wieder heil bei uns zu haben. Nun, wie ich verstanden habe, ist es zwischen Meltas und Sirar zu einem ungewöhnlichen Vorfall gekommen. Wir waren selbst überrascht, Nemos, wie ihr euch denken könnt. Wir möchten die Reise gern zusammen fortsetzen. Meltas nickt zustimmend. Nun, warum auch nicht? Ich wünsche dir, Meltas, viel Glück. Nicht jeder hier in Gratogel hätte Verständnis für eine Verbindung zwischen Mensch und Iskai. Und so ist es vielleicht besser, wenn ihr eine Weile zusammen unterwegs seid. Wo wir gerade über die Weiterreise sprechen, Vero, ich möchte euch um ein bestimmtes Amulett bitten, dessen Besorgung uns aufgetragen wurde. Selbstverständlich, Tom. Folgt mir bitte in mein Arbeitszimmer. Hier habt ihr das Stärkungsamulett. Es ist das Mindeste, was ich für euch tun kann. Ich wünsche euch allen und besonders euch, Meltas und Sirar, Danos Segen für eure Reise. Oh, Leute, wir haben es geschafft. Vero läuft hier wieder durch die Gegend. Oh, wie gut das ist. Oh, wie gut das ist. Sehr, sehr cool. Oh. Ich weiß nicht, seid ihr jetzt, wahrscheinlich seid ihr nicht so angespannt gewesen. Natürlich nicht, ihr spielt das ja auch gerade nicht. Ähm. Oh, mich macht sowas immer auf. Also jetzt das mit diesen vielen, vielen Monstern da in diesem Raum, mit diesen Fallenfeldern. Das war ein bisschen viel, finde ich. Das war echt fies. Ich meine, wir haben es ja gut hingekriegt. Aber so emotional war das echt fies. Ich will mal eben zu Vinion und ein bisschen von dem Zeug verkaufen, das wir in Dreno gefunden haben. So diese Edelsteine und alles. Und dann gucken wir mal, was wir uns dafür leisten können. Wir müssen ja vielleicht Melders neue Sprüche beibringen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann nimmt da der, ähm, na wie heißt er denn wohl? Der Uktero, glaube ich. Wir schaffen ja erstmal ein bisschen Platz. Der Uktero nimmt das da auch von den Lebenden. Das darf er ja auch, das ist in Ordnung. Muss ja auch irgendwie sein Geld verdienen. Also wir können erstmal hier die ollen Kugeln verkaufen. Ja! So. Das nehmen wir sehr, sehr gerne. Hat der Drill jetzt auch noch welche? Ja, ein paar hat er. Entschuldigung. Hat er auch noch. So. Sehr gut. Wir hatten hier dieses Schwert gefunden. Verziertes Schwert. Jo. Oh, klar. Oh je, ich schätze, wir werden das gar nicht alles bei Vignion unterkriegen. Ähm. Was können wir noch relativ günstig kaufen, damit wir hier Platz haben? Also relativ günstig. Oh, hier hätte es ein Antidot Verrücktheit gegeben. Da kaufen wir jetzt auf jeden Fall schon mal so fünf Stück von. Auch wenn das super teuer ist. Aber ich möchte nicht nochmal... Das brauchen wir nicht, dafür haben wir Syrah. Aber ich möchte nicht nochmal erleben, dass eines unserer Gruppenmitglieder die anderen angreift und wir dann so weit zurücklaufen müssen. Ich kaufe mal eben die Fleischbrocken und werfe die dann gleich im Anschluss weg. In der Hoffnung, dass wir etwas haben, was wir schon wieder für mehr Gold verkaufen können an die beiden Gefährten hier vielleicht nicht. So, und ich habe einen Kuhhandel gemacht. Gut, dann nehmen wir jetzt erstmal den... Nee, was war da am meisten gebracht? Hier diese beschlagene Kappe, glaube ich. Genau. Verkaufen wir erstmal die. Und... Ach, aber der stackt, ja. Okay, der stackt. Das ist gut. Ähm... Ich möchte eigentlich... Also, ich möchte wahnsinnig gerne alle Heiltränke hier aufkaufen, aber ich schätze, dass wir dafür nicht genügend Gold haben. Hm, der Händler hat keinen Lagerplatz mehr. Ja, das ist echt schade. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir den Rest entweder bei dem Umacho-Schmied oder unten bei dem alten Rifrako verkaufen wollen. Und dafür etwas weniger bekommen, als möglich ist. Oder ob wir... Ich meine, wir haben ja jetzt im Grunde genommen die Hauptaufgabe für diese Insel abgeschlossen. Wir haben das Stärkungsamulett von Bero bekommen. Ähm... Finde ich, ist eine nette... Äh... Umschreibung für... Was der gute König Tarnos hieß, ja, glaube ich, ne? Was der da braucht. Ähm... Man hätte ja auch von Virilität sprechen können. Nicht wahr? Potenz. Oder auch nur... Ähm... Eine schöne Nacht. Dann wollen wir mal sehen hier, was der Oktero uns beibringen kann. Bitte lehrt uns neue Kenntnisse. Aha. Daemon vertreiben. 80 Goldstücke. Na gut. Aber es ist ein wertvoller Zauberspruch. Und ich glaube, gegen diese beiden hatten wir uns bewusst entschieden. Jedenfalls gegen den Berserker. Schreck. Ich werde es nie einsetzen. Was will er denn dafür haben? Ne. Nicht jetzt. Nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ich möchte gerne nochmal den lustigen alten Artefakt-Droiden hier treffen. Wo war der denn? Der lief doch hier immer durch die Gegend. Oder auf der unteren Etage. Wo war der? Und der konnte uns doch helfen, magische Gegenstände zu identifizieren. Und davon haben wir jetzt doch eine ganze Menge gefunden. Bist du das? Ne. Ich bin froh, dass ihr meinen Meister Bero wohlbehalten gerettet habt. Meinen Dank dafür. Ach, richtig. Das war auch einer von den Schülern des Bero. Hier ist er nicht drin? Ähm. Ähm. Torco meister. Ja genau, Torco mein ich. Hier sitzt er. Hallo Torco. Wir hätten da ein paar Fragen. Ähm. Na ja, eigentlich haben wir schon, aber das zu noten. Zum Beispiel könnten wir mal das hier identifizieren lassen. Und den Traumschild. Huh. Und den Feuerring. Und was hat Tom noch? Ein Stärkungsamulett? So. Und jetzt gucken wir mal, was das alles ist. Also, Helm mit Kristall. Magieresistenz plus 25. Interessant. Aha. Der Traumschild. Hat Schlafsporen da drin. Hm. Sonst keine weiteren Boni, außer natürlich dem grandiosen Schutz, den wir hier haben. Das Stärkungsamulett? Macht Stärke plus 10. Das liegt ja auch nah. Also, wenn ich ihm das jetzt anlegen würde. Hm. Bekämen wir ein bisschen Stärke dazu. Leider, leider, leider. Hm. Müssen wir den ja bald wieder abgeben. Hier das, das, das Amulett abgeben. Hier haben wir Feuerball drauf. Vier Stück. Ich weiß nicht, was diese vier bedeutet übrigens. Hm. Wenn das jemand weiß, gerne mal in die Kommentare. Ähm. Ich bin ja kein allwissender Erzähler hier. Ja, Torco, nicht weglaufen. Wir haben noch, äh, Fragen. Ähm. Und zwar wollte ich gerne mal wissen, was der Kristallgriffdolch... Was? Das hat ja gar nichts gekostet. Aber das macht mir jetzt misstrauisch. Das auch nicht. Wisst ihr noch, Leute? Das war... Der Deuch, den wir gefunden hatten in dieser Kiste hinter der roten Scheibe. Also... Wahrscheinlich... Sind das nicht besonders, ähm... Gesunde Gegenstände. Nicht besonders heilbringende Gegenstände. So, was hat denn zum Beispiel das rote Scheibe? Wir können auf jeden Fall eine ganze Menge Zeug gleich wegwerfen, glaube ich. Hm. So, der Weiße... Boah. Das ist ja gemein. Tü, 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 tü. So, was hat Sira noch? Hm, die Kristallaxt... 75 Goldstücke? Nee. Also, die haben wir ja von dem netten Hainwächter da draußen bekommen. Und... Ach ja, Moment, natürlich kann Mel das nicht reden. Ähm. Er hat aber auch nichts, was ich gerade identifizieren lassen will. Dann nehmen wir den einen Kristalldolch kennen, dann kennen wir auch die anderen. Ähm. Und diese Kristallaxt, die kommt einfach immer wieder zurück. Das hatten wir ja schon festgestellt. Dann gucken wir mal hier. Also, Kristallgriffdolch. Schaden, minus 12, ne? Hm. Stärke, minus 20. Nahkampf, minus 30. Das ist ein verfluchter Gegestand, auch wenn er hübsch aussieht, finde ich. Das hier hat Blitzschlag. Noch zwei Verzauberungen. Und das ist wieder diese vier hinter gewesen. So, was kann der blaue Dolch? Ah. Hm. 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 Das ist sozusagen ein Anti-Magier-Dolch. Ist ja auch fies. Oh, das ist interessant. Der macht zwar nur 10 Schaden. Im Gegensatz hier 13. Aber. Er erhöht die kritische Trefferchance. Und hätte auch Blendstrahl drin, aber die Verzauberungen sind leer. Tja. Macht auch den Nahkampf ein bisschen höher. Obwohl das hier gar nicht steht. Stand das hier? Nee. Aber vielleicht macht das hier einfach nur den Nahkampf weniger. Weil es so groß ist und so schwer zu handhaben. Hm. Wir lassen das trotzdem erstmal so. Wir merken uns das mal. So. Das rote... Ja. Hat aber immerhin den Zauberspruch in sich gebunden. Also als magischen Gegenstand können wir das schon benutzen. Wir sollten uns nur nicht anlegen. Schaden 0, Schutz 0 ist aber auch gelb. Was passiert hier? Stärke minus 15. Ja, das sollten wir Thanos vielleicht nicht geben. Hier den Ring. Das wäre gemein. Haben wir uns jetzt alles einmal angeguckt? Ich glaube doch. Das sind ja alles gewöhnliche Gegenstände. Ja gut. Das ist doch schön. Wie viel Gold haben wir denn jetzt noch so überschlagen? Ja. Sowieso knapp 280 oder so, ne? Hm. Dann könnten wir jetzt entweder noch diesen Zauberspruch lernen, den wir eher nicht benutzen werden. Oder wir kaufen... Hier nochmal das Identifizieren für die Kristallaxe. Oder wir lassen das einfach. Wir sparen das Geld und wir gucken mal, wann ist das... Ey, wir können auch noch... Ja, Leute, das lasst uns doch nochmal eben machen. Wir gehen zu diesem Umarho-Schmied. Ich hab seinen Namen leider vergessen. Ähm. Und wir können doch bei ihm noch ein Kettenhemd kaufen. Oder hab ich mir das falsch gemerkt? Reinhardt ja noch keins. Dann machen wir das einfach. Ich glaube, das ist unter den gegebenen Umständen doch die sinnvollste... Sinnvollste Investition, die wir tätigen können. Hier in die Zukunft sozusagen. Das ist ja auch noch ein Kettenhemd. Tü-tü-tü. Da. Tamno, ach na klar. Wir möchten deine Auswahl deiner Waffen sehen. Und wir hätten gern das leichte Kettenhemd für Reiner. Das kaufen wir. Und wir verkaufen ihm einfach sofort auch das beschlagene Leder. Da kriegen wir nicht so viel für, wie wir bei Vignion bekommen würden. Aber da ist ja kein Platz mehr frei. Also was soll's. Müssen wir halt mit dieser kleinen, äh, wirtschaftlichen, wie sagt man da, Unwucht? Und umgehen lernen. Ja. Das sind... Das sind verfluchte Gegenstände, die eigentlich nichts machen. Ich würde die ja gerne, ähm, irgendwo reintun. Damit die nicht für immer verloren sind. Aber andererseits... Nee. Wir müssen die irgendwo reintun. Denn wenn wir das nicht machen, dann, äh, könnten ja andere Leute zufällig, wenn wir hier unsere Gegend... Äh, unsere Sachen einfach in die Gegend schmeißen. Die, äh, die Teile finden. Und... Hm. Sich dann den Fluch zuziehen. Das wollen wir natürlich nicht. So, lasst uns mal eben ausprobieren, ob wir überhaupt noch nach drinnen runterkommen. Denn wenn das möglich ist, da gab's ja genug tun. Ähm, dann erzählen wir das neben aus einfach, dass wir da verfluchte Gegenstände deponiert haben. Und dann ist, glaub ich, auch alles gut. Aha. Gab's hier nicht auch noch so jemanden, der verkaufte so Spruchräumen? Ich weiß nicht, warst du das oder warst du der geistesabwesend Murmelnde? Nee, aber er mag uns voll. Ja, wahrscheinlich... Na, wir sind hier vorbeigekommen. Ähm. Als wenn, äh, Bero gerettet hat. Tü-lü-lü-lü. Wo ist denn... Hab ich das geträumt? Nee, hab ich nicht. Rovis. Ja, ja, ja. Genau. Hier diese Spruchrolle Blitzsturm. Das wusste ich doch noch. Die wollten wir gerne kaufen. Denn die hatten wir nicht gesehen in der Liste der Zaubersprüche, die, ähm, Oktero für uns hat. Geben wir mal Meld was. Vielleicht kann er den Spruch ja lernen. Ne? Lernen. Keiner kennt diese Spruchklasse. Aha. Kann genutzt werden von... Hm. Muss man mal warten, ob wir noch jemanden treffen, der mit was anfangen kann vielleicht. Ähm, die Tür ist weiter offen. Okay. Das ist ja gut. Ich stelle mir gerade vor, dass wir vielleicht... Ja, wir müssen nicht nochmal in die 3D-Umgebung. Ich glaube, schwindelig ist uns allen genug geworden in der Folge. Als Rüder so durchgedreht ist. Ähm, da können wir jetzt einfach hier... Irgendwo gab es noch eine Truhe. Genau die da, meine ich. Da legen wir jetzt all unser verfluchtes Zeug ab. Hm? Das ist doch eine gute Idee. Und dann können ja die Droiden hier die Falle wieder aktivieren oder so. Und Hinweisschilder vorstellen und das hier abschließen und was weiß ich, was alles damit machen. Also der Kristallgriffdolch ist verflucht. Der blaue Dolch ist verflucht. Der Sonnendolch nicht. Hm. Der weiße Ring ist verflucht. Das rote Schwert ist verflucht, hat aber Ladung eines Zauberspruchs in sich. Behalten wir mal. Nichts verfluchtes, auch nichts verfluchtes. Das hat ja keinen Wert, wenn wir hier anderthalb Kilo Fluch durch die Gegend schleppen. Das muss ja nicht sein. So, das brauchen wir noch alles nochmal eben gucken, ob wir noch was anderes hier ablegen können oder wollen. Die Früchte, das Gewürz. Das will auch niemand von uns haben, ne? Oh. Ja, nee. Alles klar. Hätte das nochmal eben hinterhergezuckelt. Dann haben wir das hier erledigt. Schön. Was haben wir in Drinno bisher nicht gemacht? Also wir haben nicht die vielen, vielen tausend Tiere und Furchtdämonen und Varniax besiegt, die da in diesem Fallenraum waren. Und wir haben auch nicht in diesem einen Raum die rote Platte gedrückt, um dort, ich glaube es war auch wieder Furcht und Varniax freizulassen. Das könnten wir uns noch überlegen, ob wir das noch machen. Aber ich glaube, ich habe so eine gewisse Tendenz, Gratogil zu verlassen. Denn, also wenn Nemos schon sagt, dass vielleicht für manche Bewohner es gar nicht so leicht ist, zu akzeptieren, dass eine Iskai und ein Mensch sich ineinander verliebt haben und auch eine Beziehung leben wollen. Was nebenbei, bemerkt, ziemlich engstirnig ist. Aber naja, okay. Wir kennen die Kultur hier nicht und haben eigentlich kein Recht darüber zu richten, welche moralischen Standards die Leute hier haben. Wir suchen uns unseren Schlafbaum. Das war nämlich der hier. Oh, da ist meine Kuhle, da lege ich mich rein. Und wir reisen nach Westen. In das Dorf, wie hieß das? Kluton? Wie der Fluss? Ich glaube doch. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Wir stellen uns hier auf den Dorfplatz von Vanello und wir sehen dem Weizen beim Wachsen zu. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich wünsche euch jetzt einen tollen Tag oder eine gute Nacht oder was auch immer gut für euch ist. Und vor allem wünsche ich euch eine behütete und gesichnete Adventszeit. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020